Julian, schau dir an, wie schön die ist. Ach, hübsch findest du die? Ja, die goldenen Zwanziger. Bitte, ich bin auch in meinen Zwanzigern. Ich sag ja nur, dass ich die Wunder schön finde. Ja, in Schwarz-Weiß sieht jede gut aus. Das ist Kunst, Julian. Das hast du früher auch über mich gesagt. Aber naja, dann geh halt zu deiner Kunst. Julian, das ist eine Ausstellung über Cottbus in den Zwanzigern am Postparkplatz. Das sind Kunstwerke aus dem Stadtarchiv von zwei Künstlerinnen, die von Johannit aufgebaut wurden. Musst du jetzt hier echt eine Szene machen? Das ist Kunst, Julian.